Wie ein deutscher U-Bahn, der kurz vor Aussteigen ist, steht nicht nur da, irgendwie drei Minuten vorher steht auf und wartet. Es ist immer, wenn ich in New York bin, jetzt alle sitzen da, irgendwann die Tür öffnet, man geht irgendwann raus, aber in Deutschland, man nimmt alles, wartet, so.